Huch Leute was passiert jetzt? Herzlich Willkommen zurück zu GTA Online Dawnride Ein neuer Gegner Modus Mit Curry an meiner Seite Also im Gegnersteam Mit Nachtsichtgeräten und Wärmegeräten Alter wie schelft man denn hier runter? Alter Wie mache ich das denn auf? Ok wir haben jetzt Nachtsichtgeräte und wir müssen Trackify nutzen in der App um die Gegner zu finden oder was? Wie geil ist das denn? Alter ernsthaft? Ja neuer Modus hier in GTA Online ich hab mir einfach mal gedacht Ich zeig das mal Oh da landen welche guck mal Nein da bist du Curry guck mal Aua scheiße ich hab mich selber umgebracht weil ich runtergefallen bin Alter was macht der denn? Ah ok wenn man F gerückt hält kommt man in den Cargo Ja mann Ah leck mich doch am Arsch Alter Den Curry haben wir doppelt Den musst du noch ausstellen Echt jetzt? Achso und du landest dann immer im Cargo Bob oder was? Ja Jedes Mal immer neu So jetzt hörs mich nicht mehr auf dich Ne Ja also das ist ein brandneuer Gegner Modus Den ihr jetzt in GTA Online spielen könnt Down Break heißt es gibt es glaube ich 6 Maps von Und man spawnt immer im Cargo Bob und muss dann mit der Handy App Ähh Seine ja das Gebiet finden Die Feinde finden Ähm hier muss man bedenken Eigentlich ist es voll sinnlos Weil die Gegner Wenn die Mates ja sowieso schon da sind Dann weiß man ja wo das ist Oder bin ich jetzt Panne? Ähh die werden halt die Gegner nicht angezeigt Ah nein! Ne stimmt wir müssen was suchen Nein 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 wir müssen ja was suchen Um den Sender im Gebiet zu finden Ach du Scheiße Und genau Weil die müssen den Sender suchen Und wo soll der Scheiß Sender sein? Killen ist hier eigentlich nicht so ähh jetzt das Hauptding Der Smiley das Aber was ist denn da hinten? Ich bin ein bisschen überfordert aber egal Ah! Komm her du Drecksack! Ich will auch ne Sniper haben Was machst du denn da? Ich hab Angst man Du Feigling du Der Smiley holt sich die Dinger alle Aua! Oh Gott Wann fand er denn jetzt da rum? Oh das gibt's doch nicht! Meini man geil! Sonst gewinnt die Schweinebraten das noch Mit so 12 Leuten könnt ihr das spielen Auf dem PC, auf der Xbox One Und natürlich auf der Playstation 4 Schill den Sender da vorne ist er Oh mein Gott runter 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 Oh Gott! Schnell runter der Köder hat den Sender! Schnell auf! Hä? Hä? Schau ihr Pisser! Oh Gott! Oh nein! Schnell 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 Oh go 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 go! Okay Smiley ist da Oh ne jetzt gar nicht Smiley Der Curry hat den Sender schnell drauf Jungs! Go go go! Hilfe! Ah ich bin zu langsam man Schlechtes Wetter und den LS auch noch Alter ist hier alles rutschig man! Ey wer kommt denn da? Ist der denn? Da vorne da vorne! Ah das ist Smiley scheiße! Lol! Sorry Smiley! Du hast den Sender noch ne? Ne! Ich hab den weggeworfen! Ah! 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 Ja man! Ich hab den ausgescheinert! Ja man! Ey du Sender! Geil! Komm her! Aber das Ding ist halt der Smiley hat gut gecovert! Problem! Ey wie man so runter fliegt ne? Voll am zappeln! Alter was ist denn das? Ich hab schon Baby! Ab zu den anderen! Was ist da denn los? Nein! Doch der hätte fallen lassen! Nein der hätte fallen gelassen! Fuck fuck fuck! Mach schneller! Mach hin denn! Ah! Nein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Smiley hat auch auf! Der schießt auf meinen Fallschirm! Ich kann nicht landen! Au! Was macht der denn hier? Oh ich hab's geschafft! Der macht ein Looping Alter! Hast du das gesehen? Ja ja! Hau ab Alter! Der Sender wurde fallen gelassen! Nein Mann! Nice! Wir haben den! Wir haben den! Der ist ja irgendwo hier! Ach! Scheiß auf den Mann! Wir müssen den Sender holen! Fünf Minuten noch! Gucken wir was schaffen hier Leute! Boah! Weiter! Nein! Nein! Au! Leip! Ah! Scheiße! Aber! Ich wollte grad! Dings ich wollte grad ne Granate schmeißen! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ist doch nicht! Runter, runter, runter! Ja, Mann! Nice! Oh Gott! Das ist mal wieder voll am Abgehen, ey! Das meine ich, der rasiert, Mann! Der rasiert! Aber der gehört ja auch zu den Shieldies, kein Wunder, ey! Wenn der jetzt im Gegnerschen-Team wäre, Ja, der könnte wieder auf 180 sein, wieder! Nee, überhaupt nicht, ey! Nö! Go, 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 go! Komm, mach doch! Ey, du brauchst 100 Jahre, bis du den Berg hier hochläufst! Hallo, lauf doch! Oh, nein! Ja! Ja, Mann! Aber egal! Aber ist nur die erste Runde! Egal, Mann! Ah, das gibt's da nicht! Das gibt's auch dabei, egal, ey! Gibt's da nicht! Gibt's da nicht! Dann wird's bestimmt noch schwieriger, das waren ja nur drei jetzt, ne? Ach, killst du das mal! Was ist denn mit dem verkehrten, Junge? Der ist wahnsinnig, der Typ, ey! Der ist echt wahnsinnig! Woah! Der Typ, der ist ein crazy guy! So! Oh, shit! Oh, shit! Es geht weiter! Es geht weiter, Leute! Die nächste Runde steht bevor! Prepare your round! Prepare your round, Alter! Ja, Mann! Der ist ja hier in der Wolke gefasst! Ey, sowas nimmt immer den Spielspaß bei GTA raus! Ah, jetzt geht's weiter! Jetzt ist ein Laden, ey! Voll drin auf einmal! Oh, geil! Im Himmel! Wir sind im Himmel, Alter! Ja, aber was? Ey, guck mal! Das könnt ihr doch nicht ernst meinen! Wir müssen's einfach akzeptieren! Geil, Mann! Da sind wir wieder! Ja, halbe Stunde später, ey! Okay, Guys! Come on! Leute, ich will jetzt was sehen hier, komm! Hör mal! Ja? Ja, wir haben's jetzt verstanden, dass der Kageobob ist! Okay, let's go! Ey! Der Kageobob geht gar nicht auf! Ah, jetzt! Ah, jetzt! Wo ich kann's das sagen! Ich bin so gegen die Klappe, ey! Boah, wir haben's... Ey, du musst mal E drücken, wie geil! Oh, shit! Wo ist der Sender? Der Sender! Der Sender! Autsch! Fuck! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Oh, ich habe... Oh, Alter! Rot sind ja die Feinde, oder nicht, ne? Joa, kann sein! Kann sein! Scheiße, Mann! Ich bin der Sender! Wie soll man sich denn finden, den Sender, Alter? Ah! Ah! Oha! Ich hoffe, die ganze Zeit durch mit dem Handy, aber ich finde ihn nicht! Ah! Wo bist du? Boah, da ist wieder voll Action! Boah! Heilige Scheiße, ey! Das war knapp! Ah! Ich hatte kaum noch Leben, Mann! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Das ist voll unfair, was du tust! Das ist voll unfair, was du tust! Wuh! Find den nicht! Ja, wie sieht man den denn auf dem Trackify-Ding? So, aber wo ist das Ding hier? Ah! Nein! Der Kran! Der Kran! Oh mein Gott! Was? Ich bin mit Fallschirm gegen den Kran geflogen! Oh mein Gott! Ich habe aufs Handy geguckt! Das war nix Smiley! Wer muss denn mit dem Wärme-Besuch-Gerät irgendwie suchen? Keine Ahnung! Ich habe ihn! Nee, da war nur eine Flair! Ja, wo ist der denn? Was heißen denn die roten Punkte? Sind das wirklich Gegner? Ja! Oh, ich musste nachladen! Wie ärgerlich! Aber ich hätte zwei die getötet, wenn ich ihn nachgeladen hätte! Ah, der Sender ist da! Ah, der hat ihn! Fuck! Schnell hin! Schnell hin! Ja, Mann! Der gehört uns! Wie kommt man denn hier hoch, ey? Was ist denn das für eine Kacke? Wohlt euch die Sau! Kann ich denn den Werbe-Bild-Modus wieder ausmachen, ey? Jetzt habe ich den ganze Zeit an! Eh, aber passiert nicht! Bäm, Junge! Geschnippt, Alter! Hol doch die Drecksau, komm! Haben wir den Sender immer noch, ja, ne? Nice! Fuck! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Jawohl! Nice, Baby! Komm schon! Go, 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 go! Ah! Doch nicht von der Seite, Mann! Das kannst du nicht machen! Für Amerika! Ja! Warum haben wir eigentlich ne Ami-Flagge hinten auf den Ruckflagge? Gute Frage! Wo muss der den überhaupt hinbringen, ey? Scheiße, ne, Smiley? Komm mal, Float! Go, 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 go! Was? Ah! 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 Ich schlitz ab, du Drecksau! Lauf! Lauf mal, Float! Oh Gott! Alter! Lauf, 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 lauf! Ja, Mann! Lauf! Bring mir noch einer mal um, Alter! Kann doch nicht sein! Alter, das gibt's nicht! Ah, nice! Geil, 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 geil! Ey, ich häng eine Klippe fest! Was ist das denn? So, jetzt! Wir schaffen das, Männer! Hä, was ist das denn? Obenangriff machen! Luftangriff! Der fliegt da durchs Bild, Alter! Lauf, 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 lauf! Nein, nein! Geil! Alle haben die Hoffnung aufgegeben, ey! Scheiße! Oh, Mann, ey! Der Sieg ist unsers, Jungs! Nein, was mach ich denn? Ich hab F gedrückt! Oh, boah! Lol, was? Nice! Lauf, 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 lauf! Was soll das doch tot, oder nicht? Oh, stimmt! Oh, fuck, ey! Ja, Mann! Wolltest du snipen, ne? Ich hätte nicht fast gehabt, Mann! Never carry the rips! Oh, Gott, ey! Ah, schön! Alter, eins, eins! Wer bringt das Ding nach Hause? Mega Spaß! Ich weiß es auch nicht! Nö, ich... Ey, warum sind wir nur noch zu zweit? Das hat der für ne Scheiße! Ja, ja, ist einer rausgegangen, aber teilt sich jetzt auf, weil die anderen sind ja dabei! Ihr seid zu viert, Mann! Nein, nein, ich halte es jetzt auf! Hört ihr mich verhalschen! Brrrrrr! So! Nice! Ja, cooler Modus, den kann man mal zwischendurch so zocken, finde ich! Ja! Bringt auch einiges an GTA-Dollar, ne? 16.000 hab ich gesehen für das Siegerteam! Ey, Mann! Da geht die Schotter jetzt, ey! Da geht richtig was auf Kralle für das Team, was die winnen! Hör mal auf die Kralle, ey! Boah, 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 boah! So! Kann man ja mal zwischendurch machen, so ein Gegner-Modus, was sei hier! Es gibt ja so viele Modi, die wir noch eigentlich spielen müssen, ey! Ey, wir müssen alle spielen! Ja, Mann! Okay! Dawn-Rate, Number One! Okay, bereit, Curry? Klar, Mann! Voll ready! Okay, Mann! Entscheide ohne, Jungs! Und go! Wuhuuu! Okay, jetzt guck mal, jetzt ist es ausgeglichen! Komm, Leute, komm! Guck mal, wie viel? Zwo, vier, fünf... Ja, fünf gegen fünf! Okay, Leute! Go, 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 go! Ab geht's, Mann! Lasst den Schimmelsweily nicht gewinnen! Ja, passt da, einer ist bei uns, der Ceran versucht von hinten anzugreifen, bei Manixul! Ah! Lol! Ich bin einfach gegen die Wand geflogen! Wie dumm das aussah! Oh! Ey! Nein! Nein! Ich musste nachladen! Ich musste nachladen! Ich musste nachladen! Ey, du hast nur noch zwei AP oder so! Ich schwör's nicht! Nein! Nein! Oh Gott! Ich musste nachladen! Pass down, ey! Geh doch auf, Mann! Mann, ey! Ja, Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Modus habt! Boah! Mann, Flori! Ja, Mann! Ich bin jetzt Don! 134! Wuh! Hast du ein für ein Level-Curry? Keine Ahnung, ey! Keine Ahnung, ey! Keine Ahnung! Bis 134! Ich hab' ich das Spiel mit dem höchsten Level! Wo ist dieser Kack-Sender einfach, Alter! Der hat den Sender! Hol' euch den Sender! Alles Walli töten! Alle drauf, Jungs! Alle drauf, 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 drauf! Was ist hier los? Alle aufs Walli! Go, go, go! Formation, Männer! Los, drauf da, drauf da! Nice! Oh! Nice! Bringt ihn um, Männer! Bringt ihn um, bringt ihn um! Ihr müsst Smiley töten! Schnell! Go, 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 go! Alter Schwede, was ist hier los, ey! Das gibt's doch nicht! Passt auf den Himmel auf, wenn die mit dem Fallschirm kommen! Denk mal dann! Los, alle aufs Smiley! Schnell, 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 schnell! Wir brauchen den Sender! Rechts, rechts, rechts! Auf dem Silo! So! Nice! Kommt schon, Leute! Aua! Von hinten! Fuck, Alter! Fuck, Mann! Nice! Hol den Sender! Zugriff, Zugriff! Zugriff! Zugriff, Zugriff! Zugriff! Zugriff, Zugriff! Zwei Lig kommen von oben! Ja, Mann! Go, 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 go! Curry kommt von hinten, pass auf! Was ist der denn nicht mehr? Es sind viel zu viele, Mann. Ja, geil. Fuck. Ah, fuck. Jetzt bin ich down. Oh, nein. Schnell. Nice, war flott. Boah, Alter, ist das krass. Wenn man hier abgeht, ne? Ja, Mann. Voll der Krieg, Alter. Boah. Du Penner. Du alter Penner, du. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil. Leute, komm, 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 komm. Alter Friede, ey. Was ist hier los? Boah. Das hat doch nach. Oh, Alter, das Nachladen dauert immer so lange. Oh, Mann. Alter, ist das krass. Oh, Gott. Wer gewinnt das Ding? Schnell, 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 Leute. Oh. Nice, weil ich zu renne um dein Leben. Ach, komm, Alter. Ja, die war von überall, ey. Uuuuuh. Die Musik ging gerade aus. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Oh, Gott, ey. Ja, Mann. Nice. Komm, Manners. Ah, lass mich. Aua. Ja. Ah, was? Oh, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Smiley, nimm das. Boah, Alter, was? 61.000? Lol. 61.000 gekriegt dafür. Ja, Leute, das ist der neue Modus. Da gibt es ja, wie gesagt, unterschiedliche Maps. Sechs Stück insgesamt, die ihr dann hier spielen könnt. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von GTA Online übermorgen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut, wenn es euch gefallen hat. Däumchen hoch. Und schreibt eure Meinung zu dem Modus in die Comments. Danke an Körle, der dabei war. Ja, tschüss. Du長st 구nut zum Beispiel Youtuber. Oh, das ist der dritte? Ich glaube, ja. Ah, ich bin dran, wie gesagt Sie. Und ich bin dran, dass du alles mal einschaut. otros systems municipality ist das. Es ist ein bisschen andersointe, wenn du dir das stimmt und das immerunal Listening συ okătest.